Hello Friends und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video werden wir den Vorgänger des neuen Spiels von Railway Empire 2 spielen, nämlich Railway Empire. Dies ist ein Eisenbahn-Simulatoren-Spiel, in dem du dich mit deinem eigenen Eisenbahn-Imperium behaupten musst, gegen die gerissene Konkurrenz und dein eigenes Unternehmen erfolgreich ins 20. Jahrhundert führen möchtest. Du errichtest dabei ein ausgeklügeltes Streckennetz mit eigenen Bahnhöfen, Wartungsgebäuden, Fabriken und Sehenswürdigkeiten. Wir haben schon früher super, super gerne Eisenbahn- und Zugspiele gespielt und freuen uns umso mehr, die Complete Edition des Spiels zu testen. Uns würde jetzt natürlich mal super interessieren, was ihr uns mit einer positiven Bewertung zeigen könnt. Ob ihr wollt, dass wir das Spiel weiterspielen, einen zweiten Part dazu drehen und natürlich, ob wir auch Railway Empire 2 spielen sollen, also den brandneuen Nachfolger. Das wäre super, super spannend zu wissen. Und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und uns kostenlos zu supporten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich sehr, mal in das Spiel reinzuschauen, weil ich habe bisher immer nur ganz alte Eisenbahn-Spiele gespielt. Wir haben hier einmal einen Kampagnen-Modus, Szenarien-Modus, freies Spiel, Modellbau-Modus und Herausforderungen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wollen wir? Wollen wir also freies Spiel schon mal raus? Wir wollen natürlich Kampagne oder sowas. Ich glaube, ich bin für Kampagne. Das ist ja meistens immer so das normale Story-Geschehen. Das finde ich ja immer, das ist Herausforderung. Achso, da gibt es so verschiedene Herausforderungen. Ne, ne, wir machen, wir machen Kampagne. Wir starten in Kapitel 1, denn wir wollen schön hier den kompletten Story-Verlauf hier einmal ablaufen. Wir sind gerade in den United States of America. Das erste Kapitel führt dich an die Baustellen der Union Pacific Railroad, die im Jahr 1863 damit begangen, in Richtung Westen zu bauen, um die erste transkontinentale Bahnstrecke zu errichten. Während du mit deinen Gleisen die Weiten des Great Plains und die Höhen des Rocky Mountains eroberst, lernst du die Grundlagen von Railway Empire kennen. Thomas Clark, Durant, der Visionär an der Spitze von Union Pacific, wird dich dabei unterstützen. Thomas erinnert mich natürlich immer an die Serie. Da war Thomas ja ein Zug. Die anderen sind nur Glücksritter ohne eine Ahnung vom Geschäft. Ja, wir sind Nadine. Charakterausfall. Okay, was wollen wir sein? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal den Fabrikant. Ja, täglicher Gedanke, wenn ich aufstehe. Warum bin ich nicht in der Poesie? Achso, das wären dann wir, oder was? Der Fabrikant. Stock, Anzug und Zylinder. Neubau von Fabriken ist günstiger. Auktionen sind teurer. Kann Fabriken von der Stadt ohne Auktion erwähnen. Was gibt's hier noch? Nur den jetzt gerade? Ah, es tut mir leid, Leute. Wir müssen den nehmen. Der fuckt mich zwar jetzt schon ab, aber... Okay, Stock, Anzug und Zylinder sitzen immer perfekt, wenn sich Roger Smith in seinem Gentleman-Club begibt. Eine pendantisch geführte Buchhaltung... Meine Evaluation des Bewerberfeldes zeigt, dass ich die richtige Wahl bin. Eine pendantisch geführte Buchhaltung ist für ihn genauso selbstverständlich wie eine präzise Planung vor jeder Unternehmung. Er hat auch kein Problem damit, die Stärke eines Konkurrenten für sich zu nutzen. Errichtet ein erfolgreicher Konkurrent in einer Stadt einen Bahnhof, so baut er dort kurzer Hand eine Fabrik. In der jetzt die ganze... Oh, hier ein Passgabend. Die fleißigen... Zeit ist Geld. Sei gegrüßt. Mein Name ist Thomas Clark Durant, der Chef der Union Pacific. Wir werden in die Geschichte eingehen als diejenigen, die die transkontinentale Eisenbahn erschließen. Und das, mein Freund, ist dein Job als Chefingenieur. Ich selbst kann derzeit nicht alles vor Ort überwachen, weil ich in Washington noch einige Politiker treffen muss. Deine erste Aufgabe ist die Errichtung einer Bahnverbindung zwischen Omaha und Norfolk im Nordwesten. Wir bauen jetzt einen Bahnhof in Norfolk. Erinnert mich ein bisschen an Trilite. Wie heißt da nochmal die Stadt? Fork. Die heißt auch irgendwie so. Okay, machen wir einen kleinen Bahnhof. Wir wollen jetzt ja nicht direkt unser ganzes Geld hier ausgeben. Wo wollen wir das denn hier platzieren? Ist egal. Dann können wir hier so eine Biegung nehmen. Wisst ihr? Eine gute Biegung. Plane nun die Gleise zwischen den Bahnhöfen in Norfolk und Omaha. Ja, ich hau da irgendwie so einen Bauernhof ab, aber wenn juckt's. Nun erstelle deinen ersten Zug. Ach, das hieß Forks einfach nur. Forks, ja okay. Zug. Philadelphia will er sich kaufen, okay. Außerdem benötigt jeder Zug eine Zuglinie, die alle Stationen umfasst, an denen er halten soll. Das genügt bereits für deine erste Zuglinie. Du kannst nun sehen, wie sich dein Zug auf den Weg macht. Gibt es etwas zu transportieren, nimmt es der Zug automatisch mit. Also super. Dann beliefert euch mal, meine lieben Freunde. Da jede Lokomotive aber auf ihrer Fahrt Wasser, Sand und Schmieröl benötigt, musst du noch entlang der Strecke einen Versorgungsturm platzieren. Also schon eine ganz gute Grafik. Muss man schon... Was schwebt da? Achso, der Name. Mittig. Ja, mittig finde ich okay. Sehr gut. Dein Zug ist nun zwischen Omaha und Norfolk unterwegs. Jede Stadt benötigt Waren aus dem Umland. Beispielsweise benötigt jede Stadt Mais. In der Nähe von Omaha gibt es eine Maisfarm. Bislang gelangt der Mais auf herkömmliche Weise in die Stadt. Doch das wollen wir ändern. Errichte nun an der markierten Position einen Landbahnhof. We can do. Und jetzt wird es knifflig. Denn wir müssen uns um ein logistisches Problem kümmern. Da auch Norfolk in den Genuss von frischem Mais kommen soll, werden bald zwei Züge auf der Strecke zwischen Omaha und Norfolk unterwegs sein. Da Züge nicht durcheinander fahren können, benötigst du zwischen Omaha und Norfolk ein Ausweichgleis. Dies besteht aus einem Parallelgleis und zwei Signalen. Nee, so will ich ja nicht bauen. Wie kann ich die Neigungen bearbeiten? Kann ich das nicht? Starten wir halt hier. Machen so. Einen auf den. Ausgezeichnet. In die Richtung einem das Signal zu ändern. Klicke es an. Ich klicke doch! Nun sorge dafür, dass das Gleis nur in eine Richtung befahren wird. Die Lokomotiven nutzen sich mit der Zeit ab und müssen regelmäßig gewartet werden, damit sie zuverlässiger ihren Dienst verrichten. Dazu muss es auf jeder Zuglinie mindestens ein Wartungsgebäude geben, an dem Lokomotiven bei Bedarf gewartet werden können. Muss ich halt noch Gleis verbinden. Nun haben wir aber genug Zeit verplempert. Ich muss wieder nach Washington, denn mich erwarten nervige Verhandlungen mit unseren Volksvertretern. Ich habe dir eine Aufgabenliste geschrieben. Ah, Thomas, ey, du fuckst mich jetzt schon ab. Ja, wo sind deine Aufgaben, die du mir gibst? Und ich sehe, du hast fast dein gesamtes Gründungskapital auf den Kopf gehauen. Ich will mal nicht so sein und gewähre dir noch eine kleine Finanzspritze. Pass ab jetzt aber besser auf. Danke dir für nichts. Verbinde Omaha mit North Platte. Okay, wollen wir North Platte? Hier haben wir den Plattenbau. Uh, wir kriegen eine gute Anschlussprämie. Das wird kritisch, da wir hier so eine riesen Wartungsstation gebaut haben. Wie kann ich die Höhe ändern? Frage wäre jetzt gewesen, ob es die Möglichkeit gibt, dass ich hier Stelzen baue. Da gehen Stelzen und hier nicht, oder was? Das ist ja arschteuer! Brücken, oh mein Gott! Dann machen wir eine kleine Brücke. Ich dachte, die große wäre cool, aber haben sie gesagt. Haben wir nicht ein Budget. Plattenladen hier. Wir gehen gerade und dann gehen wir ab hier so ein bisschen schräg. Okay, wir werden jetzt arsch viel Geld ausgeben. Wir haben nicht mal so viel Geld, weil wir gerade im Bahnhof gebaut haben. Aber die Planung ist geil. Also das werden wir so umsetzen, wenn wir dann irgendwann ein bisschen mehr Geld haben. Bis dahin ist es hier erstmal geschlossen. Tschüss! Komm, nimm dir Geld ein! Was geht ab in der Club? Wo bleibt meine Kohle? Unruhen in New York. Pöbel will nicht in den Krieg ziehen. Ja. Ich meine, Pöbel will nicht in den Krieg ziehen. Keiner will Krieg. Je besser eine Stadt durch die Eisenbahn mit Waren versorgt wird, desto schneller wächst sie. Brauereien. Also da sieht man mal wieder die Wertvorstellungen in den grünen Jahren. Brauerei haben wir hier in der einen Stadt. Und in der Stadt hier, Fleischindustrie. Gut, das wäre erledigt. Du kommst voran. Natürlich komme ich voran, was denkst du denn? Wir sind einfach mal ein bisschen, ein bisschen cool. Weil wir haben jetzt 350.000 Bonus bekommen. Heißt, wir haben keinen Verlust gemacht, sondern sogar Gewinn. 100.000 Star-Längenkreis überquert. Transkontinentale, kein Traum mehr. Ist geil, sag ich, wie es ist. Was waren unsere weiteren Aufgaben? Verbinde Omaha mit Cheyenne. Cheyenne ist ja wirklich am Arsch der Welt. Na, erst einen Bahnhof bauen. Ah, es wird eine wilde Fahrt. Nee, nee, warte mal. Machen dann hier einen auf den und dann so. Ob das cool so. Oh ja, aber wir haben das Geld. Und wir haben eine Prämie erhalten und Aufgabe erfüllt. Diese Politiker in Washington trauen einem den letzten Nerv. Wie du siehst, ist Cheyenne noch ein kleines Städtchen, das auf einen Aufschwung durch den Eisenbahnanschluss hofft. Einfache Waren erhalten Städte aus dem Umland der Stadt. Errichtest du an den richtigen Orten Bahnhöfe und erstellst Zuglinien, so werden deine Züge für den Transport von Waren genutzt und du erhältst die Transportgewinne. Ach, natürlich auch wieder Brauerei. Natürlich. Wie du siehst, benötigt Cheyenne derzeit nur eine Handvoll Waren. Und nur diese Waren kannst du liefern. Wenn die Stadt wächst, fragt sie weitere Waren nach. Wollen wir nicht erst einmal eben die Zugverbindungen zu Beliefere Denver mit 16 Ladungen Vieh. Ah, hier ist Denver bei Cheyenne. Ja, okay, können wir verbinden, easy. Machen wir direkt einen Bahnhof. Habe ich jetzt extra ein bisschen schräg gemacht, weil dann können wir im besten Fall so bauen, genau. Erhöht Streckenlänge, ja, natürlich tun wir das. Ne, Fork werden wir jetzt mit Plattentown verbinden. Das ist jetzt dumm. Ich habe gerade das Spiel gelobt, weil ich cool fand, dass der die Zugverbindungen selber anpasst, wenn ich einfach verlängere jetzt zum Beispiel mit Norfolk bis Omaha und füge dann noch Evans hinzu, dass der das direkt anpasst, aber macht er nicht. Oben links unter dem Zugsymbol. Das möchte ich, ja. Omaha, Nordplatte, das würde ich gerne anpassen. Ah, so. Beliefere Denver mit 16 Ladungen Vieh. Warum soll ich denn Denver beliefern? Achso, mit Vieh. Fleisch und Vieh ist unterschiedlich. Ja, okay, I see, I see. Ich mich jetzt hier auch noch dafür einsetzen muss, dass die an Fleisch kommen. Das ist ja schon wieder ein bisschen belastend. Hier ist Vieh. Haben wir noch irgendwo anders Vieh? Da haben wir Vieh, da. Da, hier haben wir auch Vieh. Aber wir sollen ja erstmal hier Cheyenne verbinden mit Holz und Weizen. Dann machen wir das doch Bahnhof. Aber dass ich jetzt hier zwei machen muss, das triggert. Ah, so ein Kreis oder so wäre ganz cool, glaube ich. So, dann kommen wir jetzt von hier nach hier einmal. So, wir würden gerne einmal von Cheyenne hier so einen kleinen Ausflug machen. Das ist cool. Und dann brauchen wir hier natürlich auch noch eine Zugverbindung. Und da reicht auch von Cheyenne. So, da, da. Sehr gut. Die Stadt wird bald wachsen. Vielen Dank. Wir wollen mitfahren. Können wir das schon? Wir müssen in einer anderen mitfahren, wo mehr Action ist. Dein Unternehmen verfügt auch über eine Forschungsabteilung. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Okay, war schön. Danke, dass ich mitfahren durfte. Hier werden die Fortschritte angezeigt, die in der aktuellen Epoche erreicht werden können. Wie wäre es mit einer neuen Lokomotive? Nee, wir brauchen hier was Kurviges. Wir nehmen Dragon Dragon. Hört sich eh cool an. Mir wird von meinen Gegnern unterstellt, ich würde in meine eigene Tasche arbeiten. Das sind natürlich grässliche Lügen. Und sieh es so. Mit dem Profit, den ich mache, kann ich viel mehr investieren. Jobs, Jobs, Jobs. Jobs, dann diese Beatrix von Pomp. Du hattest mit ihr noch nichts zu tun? Sei froh, sie haut jeden übers Ohr. Blüm. Lokschuppen. Ah, hier haben wir unsere Dragon. Toll. Da, guck mal, was wir hier für einen Gewinn machen. Wir haben es einfach drauf. Allgemein müssen wir hier, glaube ich, noch ein bisschen was aufarbeiten. Also ich würde gerne alles hier so ein bisschen runder machen, weil zum Beispiel hier in North Fork könnten wir gut mit Plattentown oder so verbinden. Ich glaube, das wäre noch eine coole Sache. Dann können wir auf dem Weg hier ein bisschen Weizen mitnehmen. Genau, dann haben wir hier auch noch. Das wollen wir auch noch andocken. Das machen wir jetzt. Und dann kann man hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier dann doch noch so eine Ausweich, so eine Ausweich-Mission erstellen. So, da haben wir jetzt eine Zugschiene. Haben auch alle Züge. North mit Platte. Ah, hier haben wir wieder einen Konflikt. Ja, dann machen wir hier direkt einen Bahnhof. Dann, meine lieben Freunde, machen wir mal wieder einen neuen Zug. Irgendwann ist es eine neue Zuglinie. Ne, dann stopp, 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 stopp. Die machen wir jetzt gerade noch nicht. Und zwar machen wir dann hier noch ein Gleis. Hier noch einen Bahnhof. Dann haben wir es perfekt. Und jetzt können wir eine Zuglinie einrichten. Die geht dann von Fox nach Bishop, nach Platte, nach Ward. Da müssen wir dann noch eine Lokomotive wählen. Nehmen wir natürlich die Schnelle. Uh, wir haben kein Geld mehr. Ich glaube, dann warten wir bis zum nächsten Kauf. Aber wir haben schon richtig viel geschafft. Ich will irgendwann mal nach Amerika und dann genau hier durch solche Gebiete fahren. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mega, mega cool und es gibt noch so viel zu entdecken. Wir haben ja wirklich nur einmal kurz reingeschnuppert und das Spiel kennengelernt, wie was funktioniert und ja, was es eigentlich alles so zu bieten hat. Schreibt jetzt mal unbedingt in die Kommentare, was ist eure Lieblingsbahn bei Railway Empires. Würde mich mal sehr interessieren, falls wir das Spiel weiterspielen, mit welcher Bahn wir auf jeden Fall fortfahren sollten. Und hinterlasst auf jeden Fall eine positive Bewertung, falls ihr wollt, dass wir weiterspielen oder auch den Nachfolger anspielen. Das würde uns sehr interessieren. Abonniert auf jeden Fall jetzt diesen Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt. So könnt ihr uns super unterstützen und verpasst kein Video mehr. Schaut bei unseren anderen Social Media Kanälen vorbei, gerade auf Twitch und Instagram sind wir auch sehr, sehr, sehr aktiv. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi, ihr Lieben! 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 Tschüssi, ihr Lieben!